Virtus Bozen hat gestern Südtiroler Fussballgeschichte geschrieben. Dank dieses Treffers von Marco Zentil in der Nachspielzeit setzte sich der Fusionsklub 1 zu 0 gegen Leco durch. Es war der erste Dreier der Virtusianer in der vierten Liga und dank des Heimsieges haben die Bozener auch das Tabellenende verlassen, liegen jetzt mit vier Punkten auf dem zwölften Platz und befinden sich in der Serie D erstmals außerhalb der Abstiegszahl.